Hallo Leute, ich bin's, euer Luzi und ich heiße euch hier im Kildoomer Filmstudio herzlich willkommen. Ja, normalerweise drehen wir hier ein Stück, aber heute ist das ein bisschen anders, denn heute zeigen wir euch ein Making-of sozusagen. Wir zeigen euch, was in den letzten zehn Jahren, also von der Gründung bis jetzt, so alles im Kildoomer Marionettentheater passiert ist. Und was wäre so eine besondere Sendung ohne Gäste? Deshalb habe ich mir das Burggespenst Nono wie auch Hoppel und Ottilie hier eingeladen. Deshalb wird sich da auch nachher noch ein bisschen der Hintergrund hinter mir verändern. Ja, aber dazu später. Ja, 2003, da öffneten sich zum ersten Mal die Türen des damaligen Freilichttheaters. Und damals hat keiner damit gerechnet, dass wir nach zehn Jahren nicht nur berühmt und beliebt sind, sondern überhaupt noch existieren. Das Kildoomer Marionettentheater wurde direkt zum kleinsten Theater Europas und damit wurde es zu einem richtigen Unikat, zu einem, ja, Wahrzeichen von Schmidthorst, sage ich mal. So, aber abgesehen von den heutigen Interviews, die ich mit meinen Gästen führen werde, werde ich euch natürlich auch noch einige Filmchen zeigen. Und diese Filmchen beinhalten zum einen das Theater und zum anderen, was zum Beispiel bei den Dreharbeiten für die Filme so abgelaufen ist. Und ja, dann natürlich noch einiges Wissenswerte dazu. Aber der Reihe nach fangen wir doch erstmal gleich damit an und zu so einem kleinen Lebenslauf. von Kildoomer anzugucken. Und ja, wo fängt man natürlich an? Klarer Fall. Bei dem Jahre 2003. Oder vielleicht doch noch etwas eher. Im Jahre 2002. Denn da kam zum ersten Mal überhaupt die Idee, so was zu machen. Also schauen wir uns das Ganze doch mal etwas genauer an. Hier also 10 Jahre Kildoomer, der Kildoomer-Lebenslauf. Viel Spaß dabei. Und bis gleich dann. Ciao. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da bin ich wieder. Ja, und es wurde ja schon einiges vom Theater selber gesagt. Aber wie schaut das eigentlich aus? Schauen wir doch mal nach. Und danach sehen wir uns gleich wieder mit Hoppel und Ottilie. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir wieder zurück und ich begrüße hier im Filmstudio Hoppel und Ottilie. Hallo, ihr zwei. Hallo, hallo. Ja, dann erzählt mal was. Moment, ich muss eben die Kamera richtig hinstellen. So, dann fangt mal an. Was verbindet euch mit Keduma? Ja, also, ja, was verbindet uns mit Keduma eigentlich hier sehr viel? Denn unsere Geschichten, die sind ja insgesamt sechs Teile lang oder sollen insgesamt sechs Teile lang werden. Da sind wir noch am Drehen und am Arbeiten an den Geschichten. Und ja, es macht uns riesen Spaß. Als wir mit Hoppel und der Eierdieb angefangen haben, da hätten wir im Traum nicht dran gedacht, dass wir einmal so beliebt werden würden bei den Zuschauern, bei den Fans. Ja, aber wie man sieht, sind wir es ja jetzt geworden. Wir haben dann später ja auch die Stücke verfilmt und ins Internet gestellt. Und wir waren gerade zu den Dreharbeiten am dritten Teil dran. Da haben wir dann Fanpost bekommen, wo man uns dann gefragt hat... Ja, äh, Hoppel, was hat man uns eigentlich nochmal gefragt? Ja, äh, wann der vierte und fünfte Teil rauskommt. Ach ja, genau. Ne, und ja, da haben wir uns sehr geschmeichelt gefühlt und haben gesagt, ja gut, dann machen wir noch einige Teile mehr und ja, es macht uns auch riesen Spaß. Ja, also, äh, mehr kann ich dem auch nicht, ähm, dazu dichten. Also, äh, ja, es ist einfach toll, ein Teil der großen Keduma-Familie zu sein und wir hoffen, das sehen unsere Fans genauso. Ja, und, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber ich denke mir mal, oder wir denken uns, nach sechs Teilen reicht es auch mit den Hoppel-Geschichten. Ja, gut, dann Dankeschön erstmal, ihr beiden. Und jetzt schauen wir uns ein Video an, 012 und 013, die Pannen. Untertitelung. BR 2018 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 Was bist du ein für ein komischer Vogel? Ich bin kein Vogel, ich bin ein Gast. Und außerdem heiße ich Gast. So. Und ich präsentiere heute den Tätowarschel. Das will keiner wissen! Freizeit. Und ich... Dann nochmal anfangen und aufräumen. Dann einfach anfangen und aufräumen. Dann haben wir den Tätowarschel. Ich habe einen Tätowarschel. Es war schön. Ich bin wieder aufräumen. Ich bin wieder aufräumen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ja, ich bin den Fans auch ziemlich dankbar, dass sie nach zehn Jahren Kilduma immer noch nicht genug von mir haben und mich weiterhin auf der Bühne sehen wollen. Und ich denke mal, wenn einem das die Fans sagen, dann kann man zu Recht behaupten, dass man einen guten Job als Schauspieler in meinem Fall immer darbietet. Und ja, dann zum Kilduma Marinettentheater noch, ja, so James, herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren Kilduma. Zehn Jahre ist eine lange Zeit und das dann alles auf die Beine zu stellen und das dann auch zu halten, das ist schon eine Kunst für sich, finde ich. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass die nächsten zehn Jahre genauso schön und toll werden wie die ersten zehn Jahre und ja, dass wir uns immer nur, wenn überhaupt, verbessern. Ja, das erhoffe ich mir. Ja, dann danke Nono für das nette Gespräch. Gerne. Und ja, dann bis bald. Ciao. Ja, das war also zehn Jahre Kilduma. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ich. Und ich hoffe auch, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. So, dann verabschiede ich mich hier mal aus dem Schmidthorster Kilduma Filmstudio. Also dann, tschüss und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017